Willkommen auf der Insel Freuja! Es windet so der Masse, man kann ein Böhrchen rausgehen und jetzt sind wir hier auf dem Leuchtturm und fürs Tüchen hier ein bisschen zu viel aber es sind zu viele Wellen Umschmeiss! Jetzt noch die grosse Welle und dann... Das ist ein krasses Problem! Jetzt kommt noch gerade der Böhrchen, das ist schon ein krasses Problem Man kann aber auch nicht ziehen Das ist ein krasses Problem! Das ist ein krasses Problem! Bis zum nächsten Mal! Untertitelung. BR 2018